Ah, die lebt noch. Oh. Kannst du noch laufen? Alles gut bei dir? Läuft noch alles. Das ist voll die emotionale Bindung inzwischen zwischen den beiden. Das ist... Oh, mein Gott. Ist das wieder so eine Entity, die du gerne mit dir rumschleppen möchtest? Das sieht fast aus, als wäre da eine Schlüsse drin. Ähm, ist da wieder so ein Kind drunter? Wo ist meine Taschenlampe? Warum habe ich keine Taschenlampe mehr? Meine Taschenlampe ist weg. Okay, die brauche ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr für. Ist das Level? Oh, neuer Fernseher. Ah, Attacke. Ähm, das ist eine gute Frage. Feen? Ferries? Ich weiß es nicht. Der erste Teil war, ähm, Six. Also die andere, die im Regen-Mantel-Kostüm. Das war, ähm, die war im ersten Teil. Und die war sehr, ähm, die hat die ganzen Zwerge verspeist, weil sie so vampiristisch geworden ist. Würde ich fast sagen. Und das ist jetzt Kapitel 4, was jetzt kommt. Ich bin fast an der Tür dran. Ähm, ich bin offensichtlich an der Tür dran. Oh, oh. Ich mag sie so Oh shit Okay, das kann ich jetzt grad gar nicht abgebrauchen Wo bist du hin? Six Oh shit Lauf Lauf ich Ja, wo ist jetzt? Genau So, ich weiß es aber, wo ich hin muss Ich muss hier lang laufen Und dann, ja, Six, ich komme Ich komme Ich verstecke mich nämlich hier einfach unter meinem Bett Du findest mich nicht Six, bitte Nein Nein, nein, nein Lass doch Six in Ruhe Menno Okay, ich gehe jetzt in den Fernseher und rette Six Das habe ich nur, als er dahin gesagt Okay, ich kann hier hochlettern, das ist gut Da geht's weiter Da geht's weiter, da ist noch ein Fernseher Okay, jetzt wird's portal mäßig Das ist ja so gut Okay, zack Dann Nochmal Ich rette dich Ich rette dich Das finde ich sonst voll tragisch Ich möchte nicht, dass Six drauf geht Und ja, merkt man ja Das sieht man ja Das ist so ergreifend Oder man springt daneben Das ist natürlich auch so Ja, ich mag das Spiel total Ja Das heißt ja nicht umsonst Little Nightmares Von der Planke aus hier No 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 Falsche Richtung Little Nightmares Plattformer Scary Creepy Und No Fingerbrechend Okay, ich sollte vielleicht aufpassen Mehr Konzentration Und Mit dem Controller spielt es sich echt gut Außer wenn man Mal wieder Bewegungslekastheniker ist So wie ich gerade So und Uff das war knapp Komm Hüpf Hoch Ah, dafür brauche ich noch ein GIF Ich glaube ich habe Gestern habe ich Irgendwie Das GIFT nachgemacht Macht Da ist ein Fernseher Das bedeutet ich kann hier erstmal runter gehen Kannst du die benutzen? Okay Äh Äh Klautsch Ja, ich lauf einfach mal weiter Ich bin ein wenig verwirrt Sehr viele Fernseher Sieht so aus, als könnte ich Müsste ich das hier bewegen Sehr höchstwahrscheinlich Ja Kannst du den Fernseher bitte anmachen? Ah Das ist meine neue Taschenlampe I see Kann ich Hier rüber hüpfen jetzt? Oh Oh Lampe Gut So irritierend No Okay Nochmal Hand Hand-Augen-Koordination Simon Was ist falsch mit dir? Kann ich das vielleicht ein bisschen weiter nach vorne schieben? Geht das? So Nur um sicher zu sein Äh Nee Noch nicht Ich bin tatsächlich noch nicht hungrig Ich glaube das ist mehr ein Knick in der Optik Dass ich Das nicht erkenne Dass ich auf dem richtigen Winkel laufe Weißt du? So Es sieht Okay Das war verdammt Ja Ja die Die Kameraposition Ist manchmal ein bisschen Wir Ah schau mal Wee Kannst du bitte die Tür aufmachen? Hallo Omsen Das war ne scheiß Idee Warum mach ich den Fernseher aus? Ich hab eher den Fernseher ausgemacht Das war ne dumme Idee Aber ich weiß jetzt Dass ich den Fernseher ausmachen kann Ich bräuchte hier Ah Oh Warte mal Man kann Schaut die dann? Aha Simon schlau Haha Sehr gut Aber die Viecher sind creepy Oh mein Gott sind die creepy Aber überlegt euch mal das Level Design Weil das ist So stimmig Puh Okay wenn ich jetzt So wenn ich jetzt hier drüben Bye bye Sehr schön Das war knapp Stop Echt jetzt Es war rutschig Ähm Ah du hast es Ü gefunden Moment springt ihr da jetzt runter? Nooo Nooo Wait what? Wo komm ich da rein Wenn ich da reingehe Jetzt Das war doof Okay Damit kann ich jetzt leben Und Und Schwupp Rein da So Und wir haben hier einen Schalter Den wir jetzt einfach mal umlegen Und schauen was passiert Okay Gut zu wissen Strom und so Okay Immer noch nicht Jetzt lauf aber Lauf Lauf So Aus die Maus Ja zu langsam Aber sowas von zu langsam Da kann ich den nächsten Fernseher anschalten Ich schalte den mal an Bevor ich da durchgehe In den Fernseher möchte ich Okay Wo geht sie hin In den Müll Okay 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 Was haben wir hier? Kann ich den Koffer irgendwie aufmachen? Äh Für was ist das hier? I don't know Das sieht irgendwie Wichtig aus Okay Ich brauche Eventuell Achso Ich komme da sonst nicht hoch Ne Six fehlt mir ja Das ist die richtige Richtung Macht das Sinn? Ich mache mich da durch Ich weiß nicht ob das Gut war jetzt Oder nicht Okay Offensichtlich nicht Ähm Warte Puh Okay Und dann Kann ich da weiter runter? Okay Ja gut Nein Oh warte Äh Bevor ich da mal weiter gehe In die Richtung Gehe ich erstmal in die Richtung hier Ist der Fernseher jetzt noch oben an? Das würde mich jetzt halt auch interessieren Kannst du loslassen? Danke Hallo? Hallo? Noch mehr ranschieben? Nee Achso das ist Da geht's nicht weiter Okay Okay Ich hab's verstanden Ah Vielleicht kann ich auf den Aufzug drauf Es wäre vielleicht eine Möglichkeit Auf den Aufzug drauf So Erstmal das hier aufmachen Den Fernseher schalte ich mal kurz ein Dann Auf den Fernseher drauf Und Hier Zack Nach oben Hoch Fußball them Die 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 Ja, aber was bringt mir das jetzt? Okay, ich meine, jetzt kann ich wieder hier runterhüpfen. Ist doch vielleicht zwischendrin. Vielleicht ist zwischendrin noch ein Fernseher gewesen? Ah, guck mal, da ist ein Loch. Ah, ja. Okay. I get it. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich muss in den zweiten Stock. Und ja, wieder zu langsam. Und hierhin. Die Rätsel sind halt auch so gut, ne? Nein, 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 nein. Einer! Schneller! Und... Hopp! Ach, scheiße. Ich bin zu langsam gewesen. Warte. Kann ich... Könnte ich das einfach so machen, indem ich da jetzt nochmal runtergehe? Und dann mache ich das Ganze so hier und dann... Ah! Ah! Ja gut, so geht's auch. Was habe ich jetzt hier? Ein Auto. Ich schmeiße da ein Auto runter. Wie? Car crash. Richtig, die Packung. So geht das natürlich auch. Funny. Ähm... Da ist Wasser. Das reicht. Und... Einer. Äh... 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 Bye, bye, love. War das jetzt richtig? Oh, der Fernseher ist kaputt. Und jetzt? Ah, ich habe den Hocker da hinten gebraucht. Okay, ich sehe, ich sehe, I see. Anolo, hast meine Oma gekillt? Nee, deine Oma hat noch ein schönes Gesicht. Die hatte einfach gar keins mehr. Die war faceless. Weißt du, das war die Oma von Two-Face. Weil Two-Face brauchte ja zwei Faces. Und die hier, ich würde es dir gerne zeigen, aber ich kann es dir nicht zeigen, weil ich keine Taschenlampe mehr habe. Einen wunderschönen Tag, Anolo. Hi. Es ging erstaunlich gut. Oh, Fing. Boah. Das ist die Stadt der Hockfressen, aber sowas von. Kann ich da einfach den Fernseher ausschalten? Nee. Ich kenne es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es noch niemals gesehen und ich finde das Spiel super. Deswegen keine Spoiler, bitte. Ähm. Oh. Warte. Da hinten geht es da. Ein K... Ein Wagen. Von dem kann ich garantiert irgendwas machen. Ich schleppe den einfach mal mit. Den werde ich garantiert für irgendwas brauchen. Denke ich mir. Ja, okay. Ja, gut. Jetzt weiß ich, wofür ich ihn brauche. Sehr schön. No, 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 no. Okay, kann ich das so? Okay.